Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Yes-Schlagzeuger Alan White ist tot. Er spielte mit John Lennon, George Harrison und Eric Clapton und prägte jahrzehntelang die britische Band Yes. Im Alter von 72 Jahren ist White gestorben. Der langjährige Schlagzeuger der britischen Band Yes, Alan White, ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Die Band schrieb auf Twitter, sie sei in tiefer Trauer über den Tod ihres vielgeliebten Drummers und Freundes. White war 50 Jahre lang Mitglied der Band. Er starb in seinem Haus in der Nähe der US-Stadt Seattle nach kurzer Krankheit, wie seine Familie auf Facebook mitteilte. Yes will nun ihre bevorstehende Großbritannientour im Juni White widmen, berichtete die Nachrichtenagentur PA. White hatte vor wenigen Tagen angekündigt, aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Tour teilnehmen zu können. Die Tournee ist dem 50. Jahrestag des Erscheinens des Albums Close to the Edge gewidmet. White spielte auf diesem Album noch nicht mit. Er stieß 1972 zu der Band und löste damit den vorigen Yes-Schlagzeuger, Bill Bruford, ab. Nebengründungsmitglied Chris Squire, der 2015 verstorben ist, war White der Musiker, der am längsten durchgängig in der Band spielte.